Ah, ja, das war, weil ich nicht... Mach nochmal, ich hab wieder hier Problems. Ich kapier das nicht, ey. Ah, jetzt geht's wieder. Stopp, 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 stopp! Na, hör auf, Junge! Der ist nicht wieder ein bisschen weiter. Wie du siehst, ist der wieder ein bisschen... Ja, try it. Boah, ich bin nicht gesprintet. Aua! Ich hab nur noch ein halbes Herz. Jetzt warte mal, jetzt bricht ich mich dran, geh weiter weg. Du schaffst das jetzt und hältst dich dann für den Bett. Nein, ich muss, ich meine noch, ich wollte eigentlich gerade ergänzen, dass ich jetzt in diesem Scheißding auch mal irgendwas machen muss. Ach, das ist so eine weiße... Meine Maus, äh, meine Tastatur... Meine Tastatur, ey. Bevor du dich zu mir teleportierst, ich guck grad nach, ob die Festplatte noch genug hat. Ja, ja, locker. Komm. PP. Okay. Auch wenn das jetzt schwul ist, aber ey. Ich seh den, ich seh den Sprung nicht. Ja, in die Richtung. Nice. Jetzt bist du dran. Direkt crouchen. Crouchen. Schön. Und jetzt landest du da auf dem, auf dem Lightstone oder so. Das wär... Mies. Was steht da? Ja, endlich. Schön. Endlich. Meinst du, ich soll lieber auf die, auf die Hauptfestplatte wieder aufnehmen? Besser, oder? Huch. Wir könnten's mal probieren. Ja, wir machen gleich noch eine Map. Checkpoint 1. Neu. A well storm. A well storm. Jump storm. Du bist dran mitlesen. Oh. Wieso das Grille? Du bist eigentlich nur ein Testobjekt. Objekt. Auch lustig, ne? Subjekt heißt Objekt. Naja, Subjekt. Gut, okay. Deine Identifikationsnummer ist ATF-027. Hast du noch was zu essen? Danke. Ähm... Kann man nicht essen. Ernsthaft? Ja. Ja gut, dann hab ich nichts zu essen. Du bist getestet worden für Sprung-Skills und für Quiz-Skills. Also... Ja, ich find's halt. Das war einfach nur ein Test. Ob du gut genug bist für so ein Testobjekt. Und jetzt kommen die echten Teste. Döhm, döhm, döhm. Ähm... Es wird mindestens 30 Tests geben. Und dann einen großen Kampf. Die müssen dann überleben. Ähm... Robert. Robert. Wechsle in den Game-Mode easy. Äh... Das heißt Monster an? Ja. Äh... Das heißt wir müssen kurz aus Pause machen. Und den Server neu starten. Ja. Dann, äh... Soll ich einfach Hauptmeni weiter aufnehmen oder soll ich einfach kurz Pause und hier Cut? Mach kurz Cut. Ja, ich kann auch... Kann auch ganz schnell... Ja gut, okay. Bis... Bis gleich. So, zurück aus dem kleinen Cut. Und... Ja. Ähm... Ja, äh... Es geht um unsere Armkraft. In diesem Test müssen wir dann zerstören. Aber einfach nur in diesem Test. Also nur... Nur hier einmal. Und wir müssen einen Knopf finden. Also einen Button. Du fängst da drüben, Robert. Robert, grab du dich da ganz runter. Und ich in der anderen Ecke. Und dann treffen wir uns. Och, jetzt fällt der Sand. Ja, dann kannst du aber schnell abbauen, wenn du im richtigen Winkel abbaust, ne? Wie meinst du, richtigen Winkel? Im richtigen Winkel kann man noch falsche Blöcke schnell abbauen. Truhe mit nem Button. Hier ist auf jeden Fall ne Treppe, wie man wieder hochkommt. VR, das ist Teil. Hallo. Krapse. Hallo. Echt? Ja. Guck mal, wie ich abgebaut habe. Ich habe hier abgebaut, indem ich Reihe für Reihe gebracht habe. Auf der Seite, wo ich esse. Was zu essen, ey. Warte mal. Jetzt kriegen wir ja gleich noch was. Hä? Wofür soll denn die Leiter so gut sein? Damit man da keinen Fan bekommt. Ach, geil. Ha, nice. Ähm. 27. Ja. Also. Fiketing. Go in you already. Oh nein, jetzt kommt der Kampf für den Zombies. Erstmal die ganze Scheiße hier weg und diese ganze Scheiße rein. Ich höre sie schon. Wenigstens verweisen. Jetzt hab mal Fische und Fackeln. So, ich bin ready. Okay. Okay, nimm euer Schwert, ich nehme die Fackeln. Go. Und hochschlagen. Bloß keine Fackel erwischen. Great job. Hast du Fackeln? Lass mich da vor. Ja. Lass mich da vor, ich hab das Schwert. Los, zieh durch. Link in den Ecken, in den Ecken, in den Ecken. Gut. Hast du noch Fackeln? Was ist da da drin? Toll. Komm her, Dennis. Kann ich nicht vermeiden. Ach. Warte. Ich hab grad Lex. Halt, 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 halt. Okay. Ach, dieses Festplattensystem. The Space Re... Ja, weißt du wie alt die Festplatte ist? Was ist da drin? Was ist da drin? Fick die Hölle, ey. Waaaah! Hohoho, schubst du mich da fast runter? Schubst du mich, du laufst durch mich durch. Du bleibst jetzt da stehen. Ja, wir machen hier, äh... Bleib los da stehen, mein Freund. Ja, das denk ich mir auch bei dir. Aua! Oh, Kopf. Ich hab nix mehr zum anziehen. Ja, komm her. Hier liegen deine Sachen alle. Ja, lass mich mal durch. Schubst du da stehen? Und ich nicht. Nein, ich bin dran. Och. Kann ich den Helm und so anziehen. Ja, meine Bauchrüstung ist dabei kaputt gegangen. Ja, ich hab's zumindest nicht. Schau rechts, du siehst das Wasser fliegt? Was geht? Robert. Oh, ich dachte du schaffst das im nächsten schon. Schau rechts, Wasser fliegt? Ach, äh. Ich seh nicht mal den Wand dieser... Robert, links. Guck mal die andere Seite. Das ist aber cool gemacht. Das ist nicht schlecht, in der Tat. Warum hat der LockLift? Lock 36, Google it. Machst du? Was ist denn der Value von Block 36? Ja. Wenn ich Block 36 eingebe, kommt erstmal Eintracht Frankfurt vor oben. Ja, ich geh jetzt glaube ich drauf. Das sind technische Blöcke, die nicht legitim erhältlich sind. Ich seh meine Sachen gar nicht. Block 36 wird vom Kolben benutzt, also vom Repeater, ach nicht Repeater, sondern von dem Dispenser, ne auch nicht Dispenser, wie heißt die denn? Pisten? Pisten, genau. Ähm, um Blöcke während des Verschiebens zu speichern. Es entsteht jedes Mal, wenn ein Kolben an- und ausführt. Wenn man während eines Schiebevorgangs das Spiel unterbricht, wird der Block gespeichert und erst beim nächsten Laden an einen Bestimmungsort geschoben. Der Block 36 kann einfach durchtrugen werden und ist transparent, verringert den Lichtlevel aber um 1. Er ist unzerstörbar im eigentlichen Sinne, kann jeder durch Rechtsklicken entfernt werden. Im Immentar sieht er wie eine graue Version der Grafs Oberseite aus und kann nicht bloziert werden. Ich hab dir ja gerade vorgelesen, wie der das da gemacht hat. Ja, ist doch schön. Also ab hier wird's ein bisschen gay. Bleibst du bloß, wenn du da irgendwie hochkommst, an der Kante stehen, ja? Fall niemals aus diesem Planeten raus. Ey, Robert, wir hätten das gar nicht bringen, das miteinander rumgehen können und hochspringen können. Ja, ich weiß. Hab ich auch gesehen, hat sich. Wie man auf diese Streben landet, ey. Da ist ja verloren. Alleine... Das soll... Ja. Das sollen Welten sein. Jetzt verstehe ich das. So. So wird. Ach, das heißt egal. Außer mein Schwert, das ist vielleicht wichtig. Wo wüssten du? Hinter dir. Hast du? Ja, ich hab alles. Ich steh... Ja, ist egal. Ich steh... Ich seh dich manchmal wieder nicht. Ja, das ist typisch Minecraft wieder mal, ey. Ich seh noch nicht mehr hier die Map richtig. Machen wir das Savepoint? Ich bin jetzt richtig da. Bin da. Okay. Siehst du mich jetzt? Ja. Okay, ich rieche aber das Krisseln in diesem... in diesem Planeten. Leif. Kann man's wieder so schaffen? Ist aus. Guck mal. Hey, bei mir stehst du noch da unten. Bei mir auch. Ist das selber abgestürzt? Na, jetzt bist du da. Nee, jetzt, jetzt. Geh schon mal weiter, du bist leider sicher. Ja, mach das. Cool. Geht so ein Loch. Ach, Clorock. Boah, ey. Da kommt noch ein, so ein riesen Planet. Ist der Mars. Guck mal, safe. Oder wir springen einfach mal, springen mal. Ich seh... Guckst du mich an? Ja. Was geht... Ach, komm, ey. Ich kann mir nicht zu ihr teleportieren, ne? Warum nicht? Wo ich gerade falle, ohne Schaden zu kriegen. Ich... ich... Du fällst um. Ich... Lass den Server mal neu starten. Ja, ich finde den gerade auch noch nicht mehr. Okay, übergleich. Der Körper ist ausge... ja. Ja,ρι including mir zu Leon.